Jetzt wird uns der Cousin von Burak, Murat, mit uns in Köln sprechen. Vielen Dank erstmal, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Dieser Fall betrifft nicht nur die Familie und Freunde von Burak, sondern alle. Der Täter hat ohne Grund auf die Jungs geschossen und könnte es jederzeit wieder tun. Weshalb ist es wichtig, den Täter zu fassen, damit wir weiterhin in Sicherheit und Frieden weiterleben können. Wir sollten Hand in Hand zusammen mit der Polizei alles in unserer Macht Stehende tun, um den Täter zu fassen. Die Ergreifung des Täters wird Burak nicht zurückbringen, aber es wird der Familie helfen, mit dem Fall abzuschließen und die Frage nach dem Warum beantworten. Burak, wir lieben dich und werden dich niemals vergessen. Du hast uns gelernt, immer zu lächeln und jede Sekunde, die uns geschenkt wird, zu genießen. Dafür danken wir dir. Du warst und bist mit deiner Art und eigentlich artig gewesen und wirst es immer sein. Wir lieben dich. Vielen Dank. Vielen Dank.